Ja, wir sind heute beim Shooting in Offenbach im Elephant Room, eine ganz stylische Bar, die wir hier in Offenbach entdeckt haben. Und es geht natürlich um die neueste Herbstmode. Und wie sieht es bei den Herren aus? Man meint ja immer, Herren tragen nur Sneaker. Aber ich finde, gerade jetzt zum Herbst sind Chelsea Boots immer eine ganz perfekte Wahl. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, es wird bei den Männern auch wieder etwas cleaner. Das heißt, die Looks sind alle etwas angezogener. Das heißt, wir haben wieder den Anzug mit Weste. Und dazu darf auch ein Schuh mal wieder glänzen. Gute Nachricht eigentlich für alle Furniturenhersteller. Das heißt, Schuhe müssen mal wieder geputzt werden. Und vor allen Dingen auch schwarz ist da eine gute Option. Schwarzes Brush Leder und Chelsea Boot zum Anzug. Sehr, sehr cool. Sehr lässig.